so metal leute metal on hier ist das was ich dem drachenlord in meinem fan paket anfang dezember 2019 geschickt habe nur heute ist ja der 30 dezember 2019 und weil der drachen dort das nicht ausgepackt hat zeige ich jetzt mal was es ist also erst mal das buch alma macht die turbo diät einmal sitkur dann selbstverständlich weil man das ja dazu braucht um den magens den darm und den magen zu entleeren ein päckchen ss glaubersalz und genau diese natürlich nicht mit vanillegeschmack sondern mit neutral geschmack diese formular diät die ist beim dm für 6 euro zu kaufen gibt habe ich auch so ein paket ihm geschickt und ich wusste schon dass der drache sich drüber freut er hat ja glaube ich sogar neulich in einem live stream wenn ich mich richtig verhört habe gesagt sich drüber aufgeregt mit dem worten ihr habt es ja nicht mal alle waffeln am zaun oder alle waffeln an der lade oder so ähnlich schickt sie mir mit der adresse von meinem toten vater drauf so ein paket vor so als sonst drin ist und so haben ab für mittel unser blitz buch ja das war beeinträchtigt von mir dass der drache das sagt in diesem sinne metal off und frohes neues jahr